Die Templetons schmiedeten Pläne für den neuesten Familienzuwachs. Was zur Tim? Das ist ein neuer Bruder. Aber dieses Baby hat andere Pläne. Wir Babys stecken in der Krise. Babys bekommen nicht mehr so viel Liebe wie früher. Ich präsentiere unseren Todzeit. Welpen. Nein, genau das ist das Problem. Habt ihr irgendwas gelernt? A, B, C, D. Nein, was habt ihr über Welpen gelernt? Ja, Welpen lernen. Nein, Jimbo, Welpen sind böse. Stacey liest die Notizen vor. Ich kann nicht lesen. Was steht da? Boss, Eltern! Oh, als hätten sie ihr eigenes kleines Meeting. Wer möchte nachfisch? Das ist zu demütigend. Sie haben das richtige Baby für den Job. Ich weiß, wie wichtig diese Mission für die Firma ist. Mission? Du kannst sprechen! Furz, Pups, Kaka! Ich regle das mit dem K&A. Wer bist du? Ich habe eine Mission. Es gibt nicht genug Liebe für uns beide. Mein Job ist es, den Grund dafür rauszufinden. Besorg mir einen doppelten Espresso und guck, ob man hier irgendwo anständiges Sushi kriegt. Ich würde töten, wenn ich dafür eine Spicy Tuneral kriegen würde. Mom, Dad, darfst Baby dann sprechen! Das bedeutet Krieg! Oh ja! Alter! Das ist los, du Kleiner! Sieh mal, die Kinder vertragen sich endlich! Das ist teuer! Wenn ich die Mission nicht erfülle, muss ich für immer hier mit dir leben! Na gut, ich helfe dir! Aber nur um dich loszuwerden! Deal! Hier kommt der Yummy Yummy Hubs! Nein, nein! Sie sehen höher! Yummy Yummy! Okay! Da hast du Yummy Yummy! Wie kommen wir an der Wache vorbei? Das ist die größte Demütigung meines Lebens! Ich trage einen Matrosenzummel! Du ziehst das Ding jetzt an! Was hast du getan? Was soll der Krach? Ist er nicht zum Knudeln? Oh, und für dich habe ich auch einen! Was? Kacke, was? Leg den Keks weg! Kekse sind für Schwächlinge! Aufmerksamkeit! 정in